Uppsala, hallo liebe Freunde der Chrome Angelrouten. Hier ist wieder Wolle von der Angelagenturland aus Fürstenwalde. Heute fahren wir jetzt hier so circa 1 bis 2 Grad Minus und einen leichten Südostwind und ja ich bin auf meinem Lieblingsgewässer und wir fischen die Kollegen hier. Es ist nur nicht umwerfend, aber es ist so ein 25er und 24er Barsch, da kann man also nicht so sehr meckern, aber schwierig genug zu finden und so die letzte Stunde brachte uns Erfolg. Ja, ihr seht mich hier so ein bisschen verkleidet. Grund ist klar, morgens Weihnachten und ich wünsche euch wirklich ein gutes Weihnachtsfest. Steht ja unter einigen Vorzeichen. Also dieses Zebord will ich ja jetzt nicht in den Mund nehmen. Kommt gut über diese Feiertage. Ich muss mal gucken, was meine Route macht. Über diese Feiertage geht zwischen Weihnachten und Neujahr angeln, kann ich euch nur empfehlen. Das Wetter lässt es zu, glaube ich. Vielleicht auf den Barsch, vielleicht auch mal auf vernünftigen Weißfisch oder eben auf die kleinen Krokodile, wäre auch möglich. Alles das funktioniert und haben wir auch schon gemacht und ich habe auch eine Menge Feedbacks von den Kunden. Die Fische sind juckig, auch wenn die Bedingungen nicht so üppig sind. Also ein bisschen kalt ist uns schon. Ja, ich bin wieder mit Fliege unterwegs, aber fliege heute ohne sein Fluggerät, sondern wir angeln auf Barsch mit Dropshot-Montagen. Und in ziemlich großen Tiefen, muss ich sagen. So zwischen 20 und 17 Metern. Jo, so viel von uns. Liebe Grüße also von der Angelager in Tolandra, von mir, von Wolfram und von Heiko. Heiko ist jetzt im Geschäft und macht vielleicht noch ein bisschen Umsatz. Davon gehe ich mal aus. Ich bin morgen im Geschäft und auch nach Weihnachten trefft ihr uns dort an. Also meine Zunge ist schon etwas vereist. Okay, bis dahin. Macht's gut. Daumen hoch. Danke euch für dieses Jahr. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.